Hallo, ich grüße Sie. In meinen bisherigen Videos zur Digitalisierung der Lehre hatte ich einiges zum Thema Mehrwerte gesagt. Ich habe neue Kursformate vorgestellt und habe begründet, warum zum Beispiel eine einfache Anreicherung der Lehre mit digitalen Elementen nicht zielführend ist. Nun möchte ich zeigen, wie die Digitalisierung der Lehre konkret umzusetzen ist. Das heißt, wie digitale Elemente und Szenarien für das Lehren und Lernen nutzbar gemacht werden. Je nach Verortung der Lehre stehen uns dazu zahlreiche digitale Elemente zur Verfügung. Hörsaaltechnologien wie zum Beispiel das interaktive Whiteboard oder allseits bekannte Präsentationsprogramme oder Softwarepakete zur Erzeugung digitaler Texte, multimedialer Anwendungen oder Lehrvideos. Unabhängig von der Verortung der Lehre gibt es eine Reihe von Szenarien, die zusätzlich eingesetzt werden können. So lassen sich kollaborative Szenarien sowohl im Hörsaal per Gruppenarbeit wie auch außerhalb über die sozialen Netzwerke nutzen. Gleiches gilt für die übrigen Szenarien. Ziel ist es nun, diese digitalen Elemente und Szenarien gewinnbringend für die Lehre zu kombinieren. Gemäß dem Drei-Stufen-Modell, das wir ja bereits kennen, ist dabei die Stufe der Integration anzustreben, auf der die digitalen Elemente unverzichtbarer Bestandteil der Lehre werden und die gesamte Inhaltsvermittlung digital erfolgt. Ein Inverted Classroom Model also. In diesem Modell erfolgt die Inhaltsvermittlung außerhalb und die Inhaltsvertiefung im Hörsaal. Und es werden zum Beispiel folgende Elemente und Szenarien benötigt. Spezielle Lehrvideos, umrahmt von digitalen Texten und digitalen Tests. Dazu im Hörsaal die mitgebrachten mobilen Endgeräte, zum Beispiel für das Live-Voting, sowie Möglichkeiten zum Festhalten von Ergebnissen, zum Beispiel ein interaktives Whiteboard. Szenen wie Kollaboration, zum Beispiel über Google Docs und die Nutzung offener Bildungsmaterialien sind zudem wesentliche Bestandteile dieses Lehrformats. Doch wie bekommen wir das alles zusammen? Eins ist klar, nicht durch Reden, sondern durch Machen. Die Zeit der jahrelangen Rhetorik muss endlich aufhören. Digitalisierung ist machbar, nicht erst seit heute. Denn die Infrastrukturen, die stehen. Die Mediennutzung durch unsere Studierenden ist vielfältig. Bis er aber hauptsächlich im privaten Bereich, wie diese Studie hier, gezeigt hat. Die Konzentration auf Lehre ist dank immer besserer und vielfältiger werdender OER-Materialien möglich. Tja, und die Mehrwerte sind bekannt. Warum also warten? Gehen wir es an. In sechs Schritten möchte ich Ihnen nun zeigen, wie es geht. Hier sehen Sie die Schritte per Schlagwort. Als erstes sollte man eine Lehrveranstaltung auswählen, die ein hohes Standardisierungspotenzial besitzt, die curricular verankert ist und oft angeboten wird. In meinem Fach sind das Grundlagenkurse wie Introduction to Linguistics, die mittlerweile bei uns ja auch als Permanent MOOCs angeboten werden und bei denen es viele Inhalte gibt, die immer wieder aufgegriffen werden und Grundlage des Linguistikstudiums sind. In nahezu allen Fächern gibt es ähnliche Lehrveranstaltungen. Einige davon sind zudem in mehreren Studiengängen verwendbar. Da es uns nicht gelingen wird, in kurzer Zeit eine komplette Lehrveranstaltung zu invertieren, wählen wir zweckmäßigerweise eine einzelne Lerneinheit aus, von der wir wissen, dass deren Inhalt in hohem Maße standardisiert und möglicherweise auch kursübergreifend verwendbar ist. In meinem Kurs ist das die Lerneinheit Language and Linguistics. Diese enthält grundlegende Informationen zum Thema, das im Vergleich zu klassischen Vermittlungsformen im Hörsaal mit digitalen Elementen sogar besser vermittelt werden kann. Nehmen wir ein anderes Beispiel in einem typischen Informatikkurs, um mal ein anderes Fach zu wählen, könnte dies eine Lerneinheit sein, in der formale Grundlagen im Fokus stehen. Doch auch eine Lerneinheit ist möglicherweise noch zu umfangreich, um als Ganzes digitalisiert bzw. auf einen Schlag invertiert zu werden. Daher sollten wir nun in Schritt drei ein Thema innerhalb der Lerneinheit auswählen, das nun digitalisiert wird. In der Lerneinheit Language and Linguistics bietet sich der Inhalt Animal Communication an, da hier gezeigt werden soll, wie Tiere miteinander kommunizieren, mithin ein multimedial sicherlich gut zu vermittelndes Thema, ein Thema, das im Hörsaal viel schwieriger zu vermitteln ist. Gleiches gilt für die hier exemplarisch aufgeführten Inhalte anderer Fächer, bei denen durch multimediale Darstellungsformate ebenfalls erhebliche Mehrwerte entstehen können. Nach der Vorauswahl können wir mit der eigentlichen Digitalisierung in Schritt 4 beginnen. Doch wie soll das gehen? Schauen wir noch mal, was wir benötigen. Digitale Texte, Grafiken, Videos und möglicherweise Quizzes für die Inhaltsvermittlung. Digitale Texte und eventuell noch weitere Videos für die Inhaltsvertiefung. Um all dies zu generieren, gibt es zwei Möglichkeiten. So sollte man zunächst versuchen, frei verfügbare Bildungsmaterialien, also Open Educational Resources, zu finden. So findet man zum Beispiel unter dem Suchbegriff Animal Communication and Linguistics mehr als 500 Bilder, mehr als 1000 Webseiten und fast 900 Videos zur Wiederverwendung in der Creative Commons Lizenz im Internet. Wie man an solche Materialien kommt, das zeige ich im Detail in einem anderen Video. Damit aber die Nutzung von Fremdmaterialien klappt, müssen wir gerade im deutschsprachigen Raum erhebliche Barrieren überwinden, denn viele Lehrende haben große Probleme bei der Nutzung von Open Educational Resources. Die Alternative? Wir müssen die Materialien, selbst erstellen. In unserem Fall haben wir uns für einen Mix aus selbst erstellten und frei verfügbaren Materialien entschieden. Nun bleibt noch eine Frage. Wohin mit den digitalen Elementen? Ganz einfach auf eine hochschuleigene Lernplattform oder direkt ins Internet? Ich werde die Vor- und Nachteile in einem anderen Video wieder aufgreifen. Und was nun, wenn die ausgewählten Inhalte digitalisiert sind? Dann sollte man einmal überlegen, wie viel Präsenzzeit man nun einspart. Fünf Minuten? Zehn Minuten oder gar 20? Ich habe für die Vermittlung des Themas Animal Communication in der Regel 15 bis 20 Minuten benötigt. In jedem Fall können wir diese Zeit nun neu nutzen. Wir können unsere Studierenden gezielt beraten, sie unterstützen, sie mit maßgeschneiderten Aufgaben versorgen. Kurz, wir können die Präsenzphase nun individualisieren, mehr als jemals zuvor. Bereits mit einem solchen teilinvertierten Szenario sind die Mehrwerte unverkennbar. Hier sind sie nochmal die sechs Schritte. Wichtig ist dabei, wir benötigen Zeit und auch Unterstützung. Denn zwischen Tür und Angel geht das Ganze nicht. Und noch eines. Learning is not just Video. Bedenken Sie, dass mit Videos allein nicht viel auszurichten ist. Es muss schon mehr sein. Wir benötigen zusätzliche Texte, Anleitungen und immer wieder Übungsmaterial. So sieht der beschriebene Inhalt auf unserer Plattform aus. Ich hoffe, dass der Weg in die Digitalisierung der Lehre nun etwas klarer geworden ist. Mir ist aber auch bewusst, dass Schritt 4, die Digitalisierung ausgewählter Inhalte selbst, der größte Brocken ist. Daher werde ich dies nochmal in einem separaten Video behandeln. Bis dahin, alles Gute!